Wir haben mit Bildern von Gunter Sachs gearbeitet. Wir haben David Draven aus New York auf unserer letzten CD gehabt. Meine Arbeiten sind eigentlich, sagen wir mal, viel zu dunkel, viel zu düster gewesen für das, was Wave Music jetzt hier machen möchte. Und ich habe ihm erzählt, dass wir nach all den Jahren, dass wir endlich mal beginnen möchten, erotische Fotografie zu verarbeiten. Wir sind einfach hell. Wir sind froh. Eine schöne Frau. Mehr nicht. Das einfach im positivsten Sinne zu nehmen. Und das ist das, was für mich eine Riesenfreude ist, sich einfach auf solche Dinge einzulassen. Die Herausforderung war ja nicht zu sagen, wir nehmen einen Fotografen, der uns ein Bild macht, was wir bearbeiten, woraus wir ein schönes Cover machen, sondern die Idee war, wir lassen, wir wollen ein Kunstprojekt. Musik wieder anders zu präsentieren, als nur zu sagen, es ist digital, es kommt aus einer anonymen CD, sondern dass ich etwas in der Hand habe, was ich auch mag. Das Besondere an der Aufmachung dieses Musikbuchs ist zunächst erstmal die high-endige Verarbeitung. Es ist aus feinsten Materialien, mit der Optik und der Haptik der Vinyl. Man hat immer etwas zwischen den Zeilen. Ich glaube, das ist das, was die Fotos und die Bilder, also die Bilder und die Musik ausmacht.